so heute gezeigt mit weiter mit dem bus simulator und wir müssen warte mal ich muss kann was überlegen ich glaube wir müssen da oben bin ich so richtig im kopf wir fangen heute nämlich damit an silvers auszubauen müssen wir ja nicht noch auf die 3 bringen und zwar das freigeschaltet aber das ist die aufgabe der mission gute wählen ja jetzt fahren wir ziehen und jetzt wieder ab so haben wir uns wieder links bekommen so eigentlich wollte ich jetzt müssen quatsche das problem das ist auf englisch ist nervig gerade so ein bisschen ich würde sie gerne auf deutsch haben audiosprache dankeschön das war das was ich wollte so jetzt da ist auch deutscher fahrer solche waren ja außen oder nach ein so jetzt rechts links ich würde nur kommen und sie sollte gar nicht schön dass du mir jetzt versuchst du die vorfahrt zu dem kollega auch die wenn ich das ist aber bisher beschissen gemacht mit den npcs also die machen ja die bieten ja einfach ab oder nehmen wir die vorfahrt und sein muss wobei ich glaube ich hier in amerika also das ganze dinge ist ein bisschen spiel ich glaube dass da gerade keiner kam hier rechts ist die alte stelle wir haben jetzt keine zeit begrenzen wir müssen jetzt ja nur durchfahren i think i'll need several tickets please warum bespricht so weit auch weg ich sollte eigentlich auf deutsch sprechen neil ecotec represents a company that's finally taking the environment seriously i love this sunny weather so ein paar karte schön ist jetzt alle schönen passen zahlen guter 21 das darf ich aber trotzdem gerade ein bisschen nämlich die audiosprache immer noch deutsch warum auch wenn man ja eben auch wenig gekostet hat die grenze reinsetzen ist das jetzt neu dass sie jetzt bei dem halt winken dass wir das bisher noch nicht aufgefallen ist one ticket ich spreche gerade die verkraft und dann muss ich den kurzen kollegen da zu schicken was ich nicht Schleffer, gehst du mal bitte zur Tür. Ich kann die also nicht von hier zu machen. Warum auch immer nicht. Ich habe auch noch nie so viele Nachrichten bekommen, um die Haltestellen auszubauen. So, jetzt habe ich das, den ich jetzt hier rüber ran. Tut sie nicht. So, jetzt alles ein bisschen, wie gesagt, wir müssen jetzt, wie gesagt, die Haltestellen abfahren. So, jetzt blöd, dass ich gerade nicht versetzt. Ich mache jetzt mal die Draufsicht. Dankeschön. Dankeschön. Hm. Die Frage ist, wo geht es lang? So, ich muss jetzt langsam fahren, weil jetzt kann jederzeit noch eine Richtungsänderung mit diesem hier links, weil das doch nicht wahr, das ist jetzt die rote, die ich meine. Das ist auf jeden Fall die Strecke, die ich jetzt habe, die ich habe mit der langen Strecke. Und der 31 ist das. Oh, Alter. Meine Fresse, Alter, man muss aber auch da. Ja, der bleibt aber auch da stehen. Entschuldigung, das war keine Absicht. Aber bei dem schaffe ich das Ding. Aber manche Ecken. So. Route 30 wollte ich eigentlich die ganze Zeit fahren. So. 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 Ich stehe mir, euch so weiter zu fahren. Ich stehe mir, ich stehe mir, ich stehe mir. So, das wird jetzt lang. So, das ist jetzt hier rechts. Wir haben ja kein Zeitdruck. So, das ist jetzt hier. 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 So, das ist jetzt hier rechts. So, das ist jetzt hier. So, das ist jetzt hier. So, das ist jetzt hier. So, der Herr mit dem... So, das ist jetzt hier. So, das ist jetzt hier. wieso habe ich denn noch nicht ignoriert ich habe noch und noch einer gut nun mal vor die tür zu jetzt habe ich denke aber auch schlecht geradeaus und dann links oder hier rechts was sind das denn für Haltestellen hier? so spät, ja, passiert halt 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 superpackt zu Haus so spät, ja ich habe das aber zivilisiert gerade immer mit den Straßen wir sind viel zu spät dran so, wo er eingepimpt ja, ja, warte mal, warte, 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 warte so, wo er eingepimpt keiner mehr naja, passiert halt da ist es da ist es der letzte Episode von Spring of Perfection war ein wirklicher Cliffhanger die Widers wissen wirklich was sie machen danke pfuh, es ist viel zu kalt außerhalb die Sealions in Arnold Park sind sooo cute ти geht sie mal bitte durch mit Zloot Boulevard Das war die alte Farbe. So, die alten Schlaufer haben wir schon ausgebaut, sie gaben ja schon wieder für Zeitakt. So, das wird auch noch ganz weile dauern, dass wir wahrscheinlich hier das durchhaben. Sog, Tark. 75.000! So. Jetzt links, ne? So. So können wir sie nicht ausbauen, also... I think my ticket is wired. So, Seniorentecke, Wochenkrater. Jetzt hier rechts abbiegen. Das sollte schon noch keiner ausgebaut werden. What a beautiful day! So, du brauchst ne... ... normale Fakate Tagesfakate drei Stück brauchst du. Ich wollte euch ein bisschen abgehängt. Dankeschön. So. So. Toiletecke. So. 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 so hat sie erreicht das gruppe täglich haben wir noch interview mit kyle von all directions on the radio he's a cool guy i would like to okay thank you so 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 ach du gehst mir schon auf den sack den habe ich auch berührt aber das hat nicht viel gekostet ich könnte jetzt mal ein bisschen schneller machen weil ich würde da gerne auch noch mal baustelle ist wie deutschland eine baustelle soll ich schieben oder kriegst du das irgendwann mal hin entschuldigen sie sie brauchen zu viel zeit ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020